Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von ProVitalis Therapie & Coaching hier auf dem YouTube-Kanal. Heute geht es um das Thema, wie kann ich abnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spass und bis nachher. Das Thema Abnehmen beschäftigt ganz viele Leute und man macht meistens eine hochkomplizierte Angelegenheit aus diesen Sachen. Ich möchte es auf drei Faktoren herunterbrechen. Der erste Faktor ist der psychologische Aspekt. Das ist oft der Faktor, der eigentlich dazu führt, dass man scheitert. Viele von uns können Faktor 2 und Faktor 3 easy umstellen für ein gewisses Zeitpunkt und nachher versandeln aufgrund des ersten Faktors. Der zweite Faktor ist das Thema Ernährung, der dritte Faktor ist das Thema Bewegung. Ich weiss, ich erzähle euch gar nichts Neues und das ist auch gar nicht der Sinn und Zweck, denn es ist ja eh jede Information gratis und frei im Internet zur Verfügung. Also was kann ich euch bieten? Ich kann euch versuchen zu erklären, wie der Faktor Nummer 1 auf Faktor Nummer 2 und 3 wirkt. Denn der Faktor Nummer 1 ist deine Einstellung, eben deine psychologische Seite. Und das hat viel mit Motivation zu tun, mit Disziplin und wie du an etwas hergehst und das durchziehen kannst. Wir fangen aber jetzt beim hintersten Faktor an, damit es spannend bleibt bis zum Schluss. Faktor 3 ist die Bewegung, wie gesagt. In der Bewegung geht es darum, den Kalorienhaushalt, also den Verbrauch eigentlich, aufzubringen. Weil wenn du abnehmen willst, musst du mehr verbrauchen, als du zu dir nimmst. Damit ein Defizit entsteht bei der Kalorienbilanz. Das heisst, je mehr du dich bewegst, desto mehr Kalorien verbrauchst du. Und wenn du dann beim Faktor Nummer 2, der Ernährung, die Kalorienzufuhr ebenfalls reduzierst, sodass auch da ein Defizit entsteht, wirst du langfristig abnehmen können. Das Problem ist aber, Faktor Nummer 1, die psychologische Einstellung oder überhaupt den psychologischen Faktor dazu. Wir wollen mega viel in möglichst kurzer Zeit erreichen. So setzen wir unsere Ziele viel zu hoch und sagen, innerhalb von 2 Wochen, wenn wir 10 kg abnehmen. Und solche Geschichten, so Clickbait-Youtube-Videos, die ich einfach gar nicht verstehe, wie man das ernst nehmen kann. Weil es einfach nicht möglich ist oder nicht seriös möglich, dass es zu einem langfristigen Ziel führen kann. Sondern weil kurzfristig ganz viel Wasser verloren geht vom Körper und darum Gewicht verliert. Aber das ist ja auch nicht das, was wir wollen, wenn wir abnehmen wollen. Sondern wir wollen Fett verbrennen und nicht einfach Wasser oder Muskeln verlieren. Darum jede Diät, jede Kurzphase Ernährungsumstellung würde ich jetzt an dieser Stelle abraten. Und ich würde zu einer langfristigen Ernährungsumstellung und zu einem langfristigen Trainingsplan raten, den man mit psychologischer Begleitung auch durchziehen kann. Und zwar nicht einfach einen Sprint, nicht einfach 2-3 Wochen, nicht einfach 2-3 Monate. Sondern, glaube mir, Bewegung, Ernährung, psychologische Faktoren, die brauchst du das ganze Leben lang. Weil motivieren müssen wir uns immer wieder. Gesund essen sollten wir auch und bewegen auch. Denn je älter wir werden, desto schwieriger wird es, gesund zu bleiben. Und wenn du jetzt den Grundstein legst, für das gesundes Leben mit der Ernährung, mit der Bewegung und mit deiner persönlichen Einstellung, dann kannst du bis ins hohe Alter relativ gesund und fit bleiben. Ich möchte schnell auf die 3 Faktoren einzeln nochmal eingehen, um es etwas neuer erläutern. Und vor allem jetzt mal auf die psychologische Seite. Es ist wichtig, wenn wir motiviert sind, dass wir dann Vollgas geben. Aber wir dürfen nicht alles auf einmal verpuffen, sodass die Energie wieder draussen ist und wir nach 2 Wochen wieder aufhören, wie wir es nicht durchziehen können. Es ist gut, wenn du am Anfang hochmotiviert bist. Du hast dir deine Ziele gesteckt, vielleicht gleich Ende Jahr, respektive zum Jahresneuanfang, hast du dir irgendwelche Sachen vorgenommen, die du machen möchtest. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir mit dem langfristig ein Ziel erreichen können. Einerseits verfolgen du deine Ziele, sie aufschreiben und schauen, warum du sie überhaupt erreichen willst. Das ist ganz wichtig. Sowohl negative Aspekte, weil du etwas nicht mehr willst, wenn du etwas anderes möchtest. Wenn ich dünner bin, dann sehe ich besser aus. Und die Leute bewundern mich vielleicht auch. Man sieht mein Sixpack wieder, ich selber bin glücklicher. Andererseits negativer, ich musste auf zwei Wagen stehen, es scheiss mich langsam an, ich passe nicht mehr durch die Tür durch, ich schwitze noch schon beim Stegenlaufen usw. Das mal aufzuschreiben und sich vor Augen führen, ist sicher eine gute Sache. Auch ein Foto machen ist nicht schlecht. Ein Foto von dem, wo du findest, das könnte mein Vorbild sein, im Bereich Abnehmen. Dann der zweite Teil ist, möglichst viel verpannen von dem, was dir nicht gut tut. Auch gar nicht erst kaufen, bei der Ernährung oder bei der Bewegung. Du musst diese Sachen gar nicht erst aufkommen lassen, dass es zu einer Versuchung kommt. Sondern probiere alles so zu arrangieren, dass der Schweinehund in dir möglichst schwierig hat. Dass es gar keine Ausreden gibt, du immer kannst, sagen wir jetzt beim Sport, nicht zu joggen, du immer musst gesund essen, weil gar nichts anderes rum ist etc. Weil die Energie, die du aufwenden musst, um jedes Mal widerstehen und der Versuchung widerstehen und nein zu sagen und quasi diszipliniert bleiben, die Energie fehlt dir nachher, vor allem wenn du das gebraucht hast für die Ernährung, fehlt dir nachher, um mit der Bewegung ins Handeln zu kommen. Und das ist schade. Darum probiere die Entscheidungen zu minimieren. Es gibt gar nicht die Entscheidungen. Sondern du musst gesund essen. Du musst Sport machen. Du hast die Wahl gar nicht. Und das macht vieles einfacher. Und da hat mir die 4-Sekunden-Regel sehr gut geholfen. Innerhalb von 4 Sekunden bist du bereit und bist angeweiht und kannst Sport machen. Oder kannst dich bewegen, was auch immer dein Ziel ist. Aber wenn wir jetzt das Ziel haben, abnehmen, ist es halt Sport machen. Wenn du abnehmen willst und du schaust auf die Ernährung, innerhalb von 4 Sekunden hast du das Menü gewählt im Restaurant. Und kannst nicht sagen, jetzt bin ich im Restaurant, jetzt kann ich ein Cola nehmen und ein Schnitzel-Ponfit. Innerhalb von 4 Sekunden hast du dich eigentlich entschieden. Salat, Fitnessdelle, ein Glas Wasser mit Zitrone. Fertig. Und nicht noch lange darüber nachdenken. Wie länger das es geht, desto mehr haben die Ausreden Zeit, um dir rein zu reden. Und du bist der Chef und du sagst, was durchgeht. Und darum machst du das innerhalb von 4 Sekunden. Okay, das war der erste Faktor gewesen und meiner Meinung nach der wichtigste Faktor. Wenn wir den haben, den unter Kontrolle haben und verstanden haben, können wir alles erreichen. Nicht nur mit dem Abnehmen, mit der Ernährung und der Bewegung, sondern auch ganz andere Ziele im Leben. Verhaltensmuster ändern, Beziehungen, die besser funktionieren sollen. Oder in der Karriere Leiter aufsteigen oder besser vorwärtskommen, Ausbildung abschliessen, was weiss ich. Wenn wir diese psychologischen Hacks verstanden haben, dann sind wir ziemlich dazu bereit, alles zu erreichen. Der Faktor Nummer 2 ist die Ernährung. Bei der Ernährung habe ich persönlich die Erfahrung gemacht und auch mit vielen Kunden, ist es das Kohlenhydrat möglichst runter zu schrauben und die Proteine möglichst hoch zu schrauben. So, dass die Muskeln anfangen zu wachsen, weil im Faktor Nummer 3 ist die Bewegung. Und die Muskeln helfen uns, uns besser zu bewegen, helfen auch mehr zu verbrennen, weil Muskeln verbrennen auch, wenn du schläfst. Kalorien und wenn du dich einfach normal bewegst, Kalorien und nicht wie Fett, die einfach still vor sich heranliegt und gar nichts verbraucht. Das heisst, mit einer erhöhten Proteinzufuhr und verminderten Cholidratzufuhr, tust du deine Muskeln optimal unterstützen für Faktor Nummer 3, nämlich das Thema Bewegung. 30 Minuten bis 1 Stunde müssen wir Sport machen pro Tag. Das kann von Gehen zu Laufen, zu Joggen sein, aber auch Velofahren, irgendwelche Ballsportarten oder Turnen, oder Kraft drehen, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, 30 Minuten bis 1 Stunde pro Tag, sollten wir uns bewegen, um einen Ausgleich zu schaffen zu unserem oftmals nicht ganz so bewegungsreicher Alltag. Ich hoffe, ich konnte mit diesen 3 Faktoren ein wenig Einblick geben ins Thema abnehmen. Mir erscheint Faktor Nummer 1 am wichtigsten. Gerne können wir zusammen eine Beratung machen, wo ich dich dahingehend berate und unterstütze, aber auch motiviere und mit dir die Ziele, die du dir setztest, gemeinsam zu verfolgen. Schreib mich einfach an auf YouTube, Facebook, Instagram oder WhatsApp. Ich würde mich freuen, schreib doch in die Kommentare, wenn du bereits deine Ziele erreicht hast, wie du sie geschafft hast. Ich bin immer offen für Vorschläge, Feedback aller Art. Ich wünsche dir einen ganz guten Tag und bis zum nächsten Mal.